moin zusammen eine runde mit dem dredge ich spiele leider nicht so gerne und nicht so viel wie ich eigentlich dachte als er rausgekommen ist trotzdem genieße ich die meisten runden die mit dem spiel doch ziemlich und ich sollte ihn vielleicht auch ein bisschen öfter spielen ähnlich wie ohne eigentlich und paar andere killer am ende läuft es aber doch meistens darauf aus sich tricks das spiel von daher genießt damit ohne und wir sehen uns ich habe gerade gesagt ohne ich bin extra die notizen vor mir offen genießt die runde mit dredge den ich dann spiele ah gedeon pilotfactory nice also in case somebody wants to see a certain killer i should play i have to play feel free to redeem it for some channel points options available right blöde chutz Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Die Bretter, die mir noch aufgehoben haben, aber nicht. Oh, das ist Basement-Shit. Oh, das war's für heute. 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 Was ist das? Was der? Warum ist das hart? Was der? Was der? Ja! Sollte genug Zeit gebracht haben, theoretisch. Oh, sie kriegen tatsächlich noch was. I'm surprised they got the David unhooked. I'm surprised and relieved at the same time. Ah! 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 Lukas! Das war's für heute. Ich muss den Abonnenten wiederholen. Das macht mich mehr. jetzt. Winder wäre safe. Oh, war es lockt? Ja, war es lockt. Well, du hast es geschafft. Ah! Nice one. Nice one! I got hisЬ. So, you're seated. And he is like, oh, 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 oh. Yeah, I'm so excited for a baby. Good morning. This is Huyama. I'm gonna go home and put the car in here. Bis zum nächsten Mal.